Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Willkommen zu einer neuen Folge des Tele-Stammtisch, nicht nur zu irgendeiner Folge, vielleicht zur allergrößten Folge, denn heute besprechen wir ein fast 60 Jahre altes Science-Fiction-Franchise, das aktuell aus insgesamt 34 Serien, 44 Filmen, 34 Specials, 17 Miniserien und 98 Videospielen plus diversen Mangas und Comics besteht und sowohl mein Co-Host als auch ich haben tatsächlich mit dem Franchise noch keine Berührung gehabt, aber das hindert uns nicht über den neuesten Film dieser Reihe zu sprechen, wir sprechen über Ultraman Rising, den ihr ab dem 14.6. Stand heute, wir nehmen am 14.6. auch auf, auf Netflix zu finden könnt und ich habe mir nicht irgendwen geholt, ich habe mir Ultrasero geholt, hallihallo! Danke, sehr schön, jetzt fühle ich mich vom Vorgespräch noch dümmer als vorhin schon. So viele Serien, so viele Videospiele, okay, ich habe einiges verpasst anscheinend die letzten Jahre, wenn es um Ultraman geht, aber ja, ich habe ihn geschaut und da reden wir ja gleich drüber. Perfekt und ich bin Ultra-Johannes, mir ist jetzt auch aufgefallen, theoretisch geht hier vielleicht so eine kleine inoffizielle Reihe des Tele-Stammtisch weiter, weil Zero und ich jetzt schon zum dritten Mal ein bisschen japanische Filmkultur entdecken, nachdem wir eine Zeitschleifen-Romcom gesehen haben und einen fantastischen Anime, geht es jetzt mit einem Science-Fiction-Animationsfilm weiter. Ja, das stimmt, obwohl der eher amerikanisiert japanisch ist, muss man ja leider dazu auch sagen, das ist ja, ich glaube auch nur in Teilen mit japanischen Leuten besetzt, da ist ja viel Amerikanisches drinne in Ultraman Rising. Das stimmt, das ist eine US-amerikanische japanische Co-Produktion, Regie führt Shannon Tindle, der hat schon bei unterschiedlichsten Animationsfilmen ganz unterschiedliche Aufgaben übernommen. Ich würde mal sagen, die qualitative Bandbreite kann ich einmal nennen von einem Niveau, er hat mitgearbeitet bei Emoji, der Film, aber auch bei Kubo, der tapfere Samurai, da ist ja, was also ganz unterschiedlich, würde ich sagen, vom Niveau her. Und ich sehe auch gerade auch Coraline, der hat mir zum Beispiel sehr gut gefallen, war auch am Start. Da denkt man ja, der kann was. Das stimmt, produziert wurde der Film von Netflix Animation und Industrial Light & Magic, die ja ultra viele Effekte machen, aber ich habe mal geguckt, die haben gar nicht so viele Animationsfilme gemacht, tatsächlich ist das hier erst der dritte. Die haben nämlich einmal Rango gemacht von Gore Verbinski, das war so ein Film, wo Johnny Depp die Hauptrolle gesprochen hat, so ein bisschen ernsthafterer Western-Animationsfilm und Strange Magic, das war so ein Fantasy-Ding, das George Lucas mitproduziert hat. Den letzten habe ich noch nie was von gehört, aber der erste Rango kenne ich auch. Genau, und vielleicht noch am Anfang ganz kurz, wer ist Ultraman überhaupt? Ich habe das mal gegoogelt, weil wir beide ja mit dieser Reihe, die so lange zurückgeht, keine Behörungenpunkte haben. Ganz allgemein ist eigentlich Ultraman ein außerirdisches Hybridwesen, was dann im Original mit einem japanischen Piloten verschmilzt und dann verkloppen die halt haufenweise Monster. Ihr könnt auch, wenn ihr Ultraman auf YouTube eingibt, da gibt es Folgen der ganz alten Serie aus den 60ern. Es sieht halt auch so aus, aber da kann man vielleicht mal so einen kleinen Eindruck gewinnen, wie Ultraman ursprünglich mal war, im Kontrast zu diesem modernen Animationsfilm, der wohl, zumindest stand das aber auch irgendwie ohne große Quelle, hat wohl 70 Millionen Dollar gekostet. Das ist ungefähr im Bereich von Kung Fu Panda 4. Für so einen Animationsfilm ja eigentlich moderat, wenn man sich da andere von Pixar oder Disney Animation anguckt. Ja, ich kann schon mal vorwegnehmen, ich finde es trotzdem zu teuer für das, was rausgekommen ist. Okay, dann lass uns mal reingehen in den Film. Zero, erzähl doch erstmal, worum geht's? Ja, gerne, gerne. Wir haben Kenji Satos, unser Hauptakteur. Der ist ein herausragender Baseballspieler, wechselt jetzt wieder von den USA wieder nach Japan. Nur weil er jetzt da natürlich Baseball spielen will auf hohem Niveau. Nein, er ist natürlich auch der Ultraman, der aber zuvor sein Vater war. Und der Vater ist jetzt alt und ein bisschen gebrechlich, also muss Kenji das übernehmen. Das macht er dann natürlich auch. Und bei dem gleich ersten Auftrag, den wir dann so mitkriegen, kämpft er halt gegen so einen Kaijo, gegen so einen Riesenmonster. Kaijos kennen wir ja alle eigentlich eher so aus Godzilla. So muss man sich das auch genau vorstellen. Und da ist dann so ein Ei und da schlüpft halt so ein kleines, süßes Kaijo-Baby raus. Und das zieht er dann auf und kümmert sich drum. Und das ist dann eher so unsere Story. Das ist so die Synapse des Films eigentlich. Ja, dann lassen wir uns vielleicht mal mit unseren Erwartungen anfangen. Weil wir haben glaube ich, wir haben beide den Trailer gesehen und der ist ja durchaus pickepacke voll mit Action. Was hast du denn gedacht, was uns jetzt hier für einen Animationsfilm erwartet? Ich bin ganz ehrlich, ich habe gehofft und mir sehnlichst erwünscht, dass es ordentlich aufs Restbrett gibt. Und ja, klar mit dem Baby ein bisschen Humor, wie in dem Trailer auch schon gesehen war. Sowas. Aber schöne Action, dass halt dieser Ultraman in seiner Riesengestalt, wenn er dann so Haus, Hochhäuser hoch ist, da ordentlich sich Keilerei gibt mit so Riesenechsen und sowas. Aber ja, das waren so meine Erwartungen. Und bei dir? Ja, das geht mir genauso. Weil halt im Trailer, da geht einiges zu Bruch. Man sieht direkt einige unterschiedliche Monster. Also ich habe so ältere Kaiju-Filme nicht viel gesehen. Aber ich bin zum Beispiel ein riesiger Fan von Pacific Rim von Guillermo del Toro. Und ich habe halt auch gedacht, okay, Monsterkloppe, irgendwie große, große Action. Das kann ja was werden. Gerade weil im Animationsbereich, da ist ja eigentlich alles möglich. Und Netflix ja auch in den letzten Jahren einige wirklich coole Animationsfilme veröffentlicht hat. Also ich war zum Beispiel ein riesen Fan von Nimona oder Mitchells gegen den Maschinen. Also ich habe gedacht, ja, wer weiß, was da auf uns zukommt. Ja, Zero, wir haben ja im Vorgespräch schon ein bisschen gequatscht. Vielleicht mein Ersteindruck. Wie ging es dir nach dem Film? Ich war, wie auch schon im Vorgespräch gesagt habe, ich war sehr ernüchternd. Ich fand den kacke. Ganz, ganz kurz. Ich fand den wirklich nicht gut. Ich habe mir, wie gesagt, das, was ich mir erhofft habe, habe ich nicht bekommen. In kleinen Ausschnitten. Aber dann haben wir das Problem, was halt auch in vielen Godzilla-Verfilmungen wieder gemacht wird. Es ist eher so, ja, wir kooperieren jetzt mit dem Monster. Wir wollen die nicht nur kaputt hauen oder sowas. Das ist mir einfach zu nett. Das war mir dann beim Ende zu nett. Und es ging mir auch einiges viel zu schnell. Er hat so richtig den Faden irgendwie verloren. Ich weiß nicht, warum der Antagonist das alles genau machen will. Dann fehlt mir auch, was ich, vielleicht habe ich es einfach nur, aber warum, woher, was du jetzt gerade erwähnt hast, wo kommen jetzt die Kräfte her, so richtig was auch nicht erklärt. Und wo kommt die ganze Asche her? Also nur, weil er jetzt Baseballstar ist. Und wir kennen alle Superhelden und die sind ja immer maskiert und haben halt ihr alter Ego. Ey, den sieht man ja überall. Warum kommt, da spielt das keine Rolle, wo der dann das erste Mal von Drohnen erblickt wird vom Antagonisten. Warum kommt da nichts aus? Das ist ja der, der auch Baseball spielt, voll in den Medien ist, der Topstar. Das hat irgendwie alles, nee, da war mir nicht viel drin. Das, nee, einfach nein. Vielleicht hast du ja Positiveres. Wie sieht es bei dir aus? Ja, mir geht das schon ähnlich. Also ich glaube, ich finde den nicht so schlimm wie du, aber ich muss auch sagen, also umgehauen hat der mich nicht leider. Und wir können ja vielleicht mal so ein bisschen einige Punkte durchgehen, die vielleicht uns beiden gefallen haben oder eher nicht gefallen haben. Und ich würde vielleicht mal anfangen bei unserem Protagonisten. Und der ist ja, ne, er ist Baseballstar, muss ich erstmal sagen, puh, also Baseball finde ich ja persönlich eine der langweiligsten Sportarten überhaupt. Und dann ist der auch noch ein ziemlich arrogantes Arsch. Ich konnte mit dem überhaupt nichts anfangen. Ging dir das ähnlich? Okay, Baseball kann ich sogar ein bisschen relaten mit, weil hier früher Indianer von Cleveland und sowas fand ich wirklich eigentlich ganz coole Filme immer. Aber auch nur, also ich kenne Baseball auch nur durch Filme. Also ein ganzes Baseballspiel habe ich mir noch nie angeguckt. Das ist teilweise wie Football, die Regeln, bis ich die drin habe, ist das Spiel vorbei. Und ich fand ihn auch anstrengend teilweise. Dann dachte ich aber auch immer, okay, ja, er kriegt ja eine leichte Backstory natürlich durch Familie, Mutter Vater und so, spielt alles eine Rolle. Und dann haben wir ja die, da ist so eine Reporterin, die interviewt die gleich am Anfang, ist ein bisschen forsch, keck, ist eine alleinerziehende Mutter. Da dachte ich so, ey, cool, das kann ja richtig cool und modern werden. Das nimmt er aber alles nicht richtig auf und verkackt dann halt diese Stränge so ein bisschen. Und ja, dann ist er halt er und so richtig emotional konnte ich mit ihm null mitgehen. Also ja, er ist halt da. Ja, total. Also ich träg schon irgendwie die Idee zu sagen, er ist irgendwie der arrogante, verwöhnte junge Mann und dann bekommt er halt die Verantwortung für ein, ja in Anführungszeichen, Baby. Halt hier das, das kleine, ich glaube sechs Meter große Kaiju-Junge. Und dann soll er halt erwachsen werden und er soll Verantwortung übernehmen. Und das erzählt der Film natürlich auch. Aber ja, dadurch, also war mir ehrlich gesagt ziemlich egal leider. Und auch wie du sagst, diese, diese Nebenhandlung mit der Reporterin, die hätte es überhaupt nicht gebraucht. Also die sieht man halt irgendwie gefühlt dreimal und dann war es das. Und ich auch natürlich irgendwie, weiß ich nicht, sie gibt ihm so ein bisschen Hilfestellung dabei und das soll lustig sein. Man könnte fast sagen, vielleicht wird so eine Romanze angedeutet, aber es wird alles überhaupt nicht genutzt. Das verläuft völlig im Sand. Das ist ganz, ganz komisch, während irgendwie andere Animationsfilme ja wirklich durch ihre Figuren leben. Also ich glaube, keine Ahnung, ne? Nehmen wir Wall-E Da fiebern wir mit einem Roboter mit, der ja eigentlich erstmal gar keine Emotionen uns schildert. Aber da bin ich viel mehr investet als hier in den Baseballer und in den Ultraman leider. Ja, ultra lame auf jeden Fall. Das ist Oh Gott. Es wird noch ein paar Ultra-Wortwitze hier geben vielleicht. Ja, das auf jeden Fall. Wie ist es denn? Also ganz viele Animationsfilme funktionieren ja auch über das Design. Und jetzt haben wir hier ein Baby-Kaiju. Fandest du den wenigstens niedlich? Ja, also ich habe ja von einem sehr cleveren und weisen Mann heute gehört, man soll nebenbei mal den Trailer laufen lassen. Das habe ich jetzt versehentlicherweise gemacht, weil ich IMDb aufhabe und ich sehe das Kaiju Baby. Das ist schon süß. Also vom Design her finde ich es wirklich ganz nett. Also man muss sich jetzt hier, wie hieß der Film, auch von, hatten wir heute schon genannt, Guillermo del Toro hier, Shape of Water. Pacific Rim? Ja, Shape of Water. Ach, Shape of Water. Und da habe ich ein bisschen hier, oder Hellboy, die Richtung habe ich dann gedacht, als ich das gesehen habe. Also, ne, dieser Fischwesen. Also ich finde es schon ganz niedlich. Aber es wird auch, finde ich, zu wenig mit angefangen. Es ist süß und alles. Und ich werde nicht zu viel spoilern. Aber es geht natürlich irgendwie auch zwischendrin immer um so eine Kaiju-Insel. Und das Baby hat irgendwie so ein Echolot, was es dann machen kann. Das ist so lächerlich. Am Ende kommt diese Insel noch mal drin vor. Aber warum, wieso und was dann? Ich weiß es nicht. Und der Film nimmt so viele Stränge auf, verarbeitet die aber falsch ein oder gar nicht. Und dann nimmt sie nicht auf, wie bei der Reporterin. Ah, der ist halt, ich würde sagen, eigentlich ist es so ein unfertiges Drehbuch, was sie dann einfach jetzt doch dann verarbeitet haben und sich nicht überlegt haben, ach, da können wir ja noch mal ein bisschen mehr Story dran machen. Ach komm, das ist für Netflix, das wird schon klappen. So sieht der so für mich dann beim Ende aus, leider. Aber das Kaiju Baby ist süß. Ja, voll, der hätte viel fokussierter sein können. Ich fand das Baby auch ganz süß. Aber ich finde, an dem sieht man allgemein, finde ich, sehr ein bisschen dieses langweilige Design. Also das ist alles okay. Und auch die unterschiedlichen Kaijus, die man sieht, man sieht jetzt leider nicht so viele. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich denke, boah, die habe ich noch nie gesehen. Also das ist schon so ein bisschen dieses Standard-Repertoire von Kaiju-Monster, oder? Ja, definitiv. Und wo wir ja beim Design sind, ja auch das Problem. Heutzutage musst du halt auch als Animationsfilm, du musst dem Zuschauenden, musst du ja auch ein bisschen mehr bieten als dein Standard. Das ist jetzt mein Animationsstil. Wir wollen auch mal ein bisschen Wechsel. In jedem Animationsfilm hast du eigentlich immer so einen kleinen Wechsel im Animationsstil, dass du mal 2D, 3D-Figuren hast oder gezeichnet. Das ist ein bisschen Varianz. Das hast du da natürlich gar nicht. Der geht straight seine Linie durch, wie er animiert ist. Aber ist da auch, klar, auf hohem Niveau, muss man sagen, aber nichts, was einen umhaut heutzutage. Und ja, das ist Massenware. Mehr ist es nicht leider. Ja, total. Ich hätte mich auch nicht gewundert, wenn der jetzt vor 10 Jahren erschienen wäre. Also diese Entwicklung, die gerade in den letzten Jahren ja nochmal passiert ist, auch natürlich gerade hier Into the Spider-Verse, wo ja alles Mögliche ausprobiert wird und dann immer mehr Animationsfilme da viel experimenteller wurden. Das hat der gefühlt nicht so mitbekommen. Und ich fand den auch insgesamt visuell auch, ne, man denkt Action, da kann man ja richtig cool was machen. Ich muss zugeben, ich fand den finalen Kampf, der war da ein bisschen düsterer und dann hat es geregnet und dann wurde da ein bisschen mit Licht gespielt. Den fand ich nicht schlecht. Aber den Rest, muss ich sagen, ich habe gefühlt jetzt schon wieder und ich habe ihn erst vor ein paar Stunden geguckt, ich habe gefühlt jetzt schon wieder vergessen, was es da für Action und sowas gibt. Ich kann mich da anschließen. Ich habe den Stand der Aufnahme mit 10, vielleicht 15 Minuten vorher beendet. Also ich habe immer noch ein bisschen rumgeswitcht, um mir 10 anzugucken, nämlich auch gerade den Endkampf, weil ich überlegt habe, hä? Weil wir haben dann zwei Ultramänner. So viel kann man schon haben. Wir kriegen schon mal doppelt für unser Geld. Aber ich habe das erst nicht verstanden, warum, wieso jetzt. Und ich will nicht zu böse sein, aber für mich ist es halt eine ultra unausgegorene Scheiße gewesen beim Ende. Und ja, schade. Ich habe so viel erwartet. Ich fand den Trailer so geil. Ich war gehypt. Danach dachten wir beide auch, oh komm, wollen wir den besprechen? Ja klar, geil. Und dann guckst du dir das Ding an und denkst dir so, ach Gott, warum habe ich denn ja gesagt? Ich glaube, das werden leider viele, die sich den anschauen, auch denken so, warum habe ich den denn jetzt angemacht? Das sind jetzt zwei Stunden meines Lebens, die kriege ich nicht wieder. Und ja, schade, wirklich schade. Ja, du hast ja auch schon den Antagonisten angesprochen. Der bekommt zugegebenermaßen irgendwann so gefühlt in drei Sätzen eine Backstory. Aber ansonsten ist das wirklich so der blasseste, böse Mann mit irgendwie Technologie und einer Organisation im Hintergrund, den man gefühlt in, ja weiß ich nicht, so vielen Filmen schon mal gesehen hat. Ja, das ist das Malen nach Zahlen der Animationsbösewichte. Und ja, das ist, ach Mensch, ich weiß auch nicht. Der ist auch natürlich, bei ihm sieht man auch im Design, der ist natürlich schön kantig und spitz noch mal mehr als die anderen Figuren gezeichnet. Weil er soll ja schön böse rüberkommen. Wenn du dem jetzt gesagt hast, das ist einfach nur der Chef, wie gesagt, nur von meinem Ministerium oder so, hätte ich dem auch abgekauft. Aber da kennen wir ja schon bessere Antagonisten, gerade in dem Bereich. Voll. Jetzt ist ja so, ne, viele Animationsfilme richten sich ja auch an ein jüngeres Publikum. Jetzt sind wir ja vielleicht einen Ticken älter, je nach Perspektive. Glaubst du, weiß ich nicht, würdest du vielleicht sagen, dass der Film gut für ein jüngeres Publikum funktionieren könnte? Ja, das ist ein Streamingfilm, die werden sich viele auf jeden Fall angucken. Ich glaube auch, alleine dadurch, dass du halt gerade auch durch den letzten Godzilla-Film doch noch so einen kleinen Hype hast, ne, mit Kaijus, dass da vielleicht Jüngere sagen, ach, den gucke ich mir jetzt auch an, da geht's ja auch um große Monster. Und die dann sagen, ach, das Baby ist aber ganz süß und dann vielleicht da auch so ein Plüschtier oder so ein Spielzeug von haben wollen. Das kann ich mir schon vorstellen. Also das könnte funktionieren. Aber das ist wahrscheinlich auch wie bei uns, jetzt schon nach ein paar Stunden, werden die das auch nach ein, zwei Tagen dann vergessen haben. Der bietet halt auch für jüngeres Publikum für nicht deutlich mehr, was die dann daran fesseln könnte. Und es ist halt ausgerichtet auf mehrere Filme, kann man ja schon mal sagen. Es ist so ein Ende, wo man denkt, ach, da könnte jetzt noch ein Teil kommen, der auch hanebüchend angeteasert wird in der After-Credits-Scene, was den ganzen Film noch mal mehr kaputt macht eigentlich. Ja, brauch, bräuchte ich jetzt nicht. Und ich glaube auch, das kleine 14-jährige Mädchen, in dem ihr bräuchte, dann auch keinen zweiten Teil. Ja, voll. Ich mag auch gerne an solchen Animationsfilmen so, weiß nicht, vielleicht ein bisschen Platte oder alberne Gags. Aber auch hier muss ich sagen, also es wird sehr viel mit Körperflüssigkeiten gearbeitet. Das mögen vielleicht einige Jüngere. Aber lustig fand ich den auch nie. Ich habe erst letztes Wochenende Robot Dreams im Kino geguckt. Vielleicht auch fieser Vergleich. Oscar-nominierter Film. Aber der hatte wirklich Gags, wo ich gelacht habe. Ich war nicht voll ins Begeistert. Aber fandest du den auch so unlustig, Ultraman? Ähm, du kommst ja mit den Körperflüssigkeiten. Das war wirklich die einzige Stelle, wo ich mal gegrinst habe. Das kleine, kaische Junge ist. Ja, er bricht sich halt auf dem Vater unseres Protagonisten. Ja, da habe ich mal kurz gegrinst, aber auch nur, weil er dann seinen Satz dann so vollgekotzt noch ein bisschen beendet. Aber das ist jetzt auch, er sagt, Comedy Gold ist was anderes. Es wird ja auch zu oft ausgespielt. Das ist ja nicht so, dass das einmal passiert. Das sind ja, also, ich will nicht wissen, wie häufig der irgendwie, äh, ja, er bricht oder andere Exkremente da von sich gibt. Vor allem, das, ich habe mich auch gewundert, äh, das, das kaische Junge in der Szene, also es kam mir so rüber, dass es ja, ähm, ja, gekackt haben soll. Äh, okay, dass es dann grün ist, finde ich ja noch okay. Aber, damit wird dann auch nichts gemacht. So, ja, es hat jetzt gekackt. Und dann siehst du kurz das Ergebnis und denkst dir, ja, und jetzt? Und, nee, also, ha, die Jokes, die spielen sich auch nicht gut aus. Du hast in kurzen Tagen halt auch, wie er ein Bäuerchen macht und dann, ich glaube, da kommt ein Blitz oder so dann noch raus, wo es pupst. Ich denke mir so, okay, wenn du damit ein bisschen mehr spielst, da können ja lustige Sachen sein, dass jetzt, keine Ahnung, irgendein Auto, irgendwas kaputt geht, während du es irgendwo gegen pupst. Es wird alles nicht genutzt. Es wird leider nicht genutzt. Selbst für diese Platten-Jokes wird nicht abgeliefert. Ja, es fehlt immer gefühlt, oder die Pointe und der Aufbau an sich ist auch nicht lustig genug. Ja, das ist schon, das ist schon, das ist einfach schade. Jetzt die Frage, weil ich habe den neuesten Godzilla vs. Kong gar nicht gesehen. Hast du den dir angeguckt? Natürlich, quer Verweis, es gibt auch einen super Podcast bei der Tele-Stammtisch mit den Kollegen Stu und Timo, wo ich natürlich sehr wenig Redeanteil habe, weil die beiden alteingesessenen Ureidechsen, nenne ich es mal, sich ordentlich da einen abliefern. Aber ja, den habe ich dann mit im Kino geguckt, mit Timo. Und ja, ich fand den im Gegensatz, der auch sehr knallbunt natürlich jetzt ist diesmal, der neue Film, sehr unterhaltsam und der hatte deutlich mehr Jokes, auch mit Anspielung halt auf große Kaijus, ne. Und ja, ein bisschen mehr davon hätte Ultraman auf jeden Fall gut getan. Okay, das ist natürlich super ärgerlich, dass dann so ein, ja, das, also, ja, ich weiß auch nicht mehr, was ich sagen soll, Zero. Ich glaube, wir gehen einfach zum Fazit über, oder? Ja, der Film ist für uns beide einfach nur eine Ultraenttäuschung. Gerne, gerne, gerne Fazit, gerne, gerne. Möchtest du anfangen? Ja, klar. Ja, eigentlich habe ich es gerade schon vorweggenommen mit dem Satz, ultraenttäuschend, fast ist leider wirklich zusammen nach dem Trailer-Top gehypt. Aber man soll ja mal was Positives finden und wie gesagt, das Positivste an dem Film ist wirklich das Kaijus-Junge oder das kleine Babymädel. Das ist ganz süß, da kann man ein bisschen Spaß mit haben, aber mehr ist es dann auch nicht und Leute, ganz ehrlich, guckt euch, Godzilla, meine so anhanden, habt ihr deutlich bessere Zeit als Ultraman Rising. Dem kann ich mich, ja, anschließen. Ich finde ihn nicht ganz so übel, aber ich finde ihn auch wirklich super durchschnittlich. Also es gibt, ich kann mich nicht so wirklich über den aufregen, aber es gibt für mich irgendwie auch keinen Grund da einzuschalten. Ich würde auch sagen, für ein erwachsenes Publikum, Godzilla Minus One ist ja auf Netflix geshadow-droppt, auf einmal war es da und alle können ihn gucken, was natürlich super ist. Oder vielleicht für ein jüngeres Publikum, ich musste zwischenzeitlich auch so ein bisschen an Baymax denken oder im Original heißt der Big Hero 6 und der ist halt einfach unendlich mal besser. Also wenn ihr so einen coolen, auch so ein bisschen mit japanischem Einschlag Animationsfilm wollt, guckt den an und lasst Ultraman Rising vielleicht, ja, einfach links liegen und im Zweifelfall schaut auf YouTube die alte Serie mal an. Auch die Ausschnitte, auch wenn sie ein bisschen cringy sind, die waren schon unterhaltsamer als dieser Film leider. Das ist jetzt auch ein trauriges Ende eigentlich für den Ultra-Podcast. Das ist so sad. Ja, aber was willst du machen? Der Film ist halt scheiße. Man muss es ja auch mal ehrlich so benennen. Da können wir ja auch nichts dran ändern, leider. Also wir hatten ja beide Lust darauf gehabt und manchmal ist es halt so, du hoffst, du kriegst ein Schokoladeneis und beim Ende kriegst du halt Pistazier. So, das war es dann halt. Wenn du halt Pistazier dich magst, das muss vorausgesetzt sein. Okay, dann bleibt uns, glaube ich, noch zu sagen, folg gerne dem Tele-Stammtisch auf den üblichen sozialen Medien. Wir haben jetzt, was heißt jetzt, auch schon etwas länger einen Community-Discord-Server, auf dem ihr ja mit uns und ganz unterschiedlichen Filmfans über Filme, Serien und auch Comics diskutieren könnt. Das findet ihr auch alles in der Podcast-Beschreibung oder auf unserer Internetseite. Gebt uns gerne einen Like, bewertet den Podcast, kommentiert den Podcast, gerne auch. Genau, und ansonsten würde ich sagen, Zero, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Ja, nein, nicht wirklich. Ich wäre mal dafür, die Leute können mal in die Kommentare schreiben, Johannes kann es oder sowas, sowas Lustiges. Oder Ultrasiro, irgendwas Dummes halt mal. Ich will ein bisschen mehr Interaktion sehen, Leute, wenn ihr euch das schon mal anhört. Wenn wir uns schon die Mühe geben und uns zwei Stunden so einen Film antun für euch, komm, jetzt haut mir jetzt was Lustiges. Wir müssen aufgemuntert werden nach zwei Stunden Traurigkeit. Ansonsten bleibt man auch zu sagen, es war wieder mal schön mit dir. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich mit Johannes jetzt mal ohne Spaß aufnehmen darf, weil es immer lustig und auch unterhaltsam ist. Und ja, ich sage nur Tschüss. Danke, das Kondiment kann ich natürlich nur zurückgeben und dann hoffe ich mal, dass der nächste Film, den wir besprechen, uns besser gefällt. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi Applaus und bis zum nächsten Mal. und bis zum nächsten Mal.